Einen wunderschönen guten Morgen. Im August 2021 hatte ich damit begonnen, alle diese Videos hier zu untertiteln, weil es die Videos zugänglicher macht, weil es sich einfach so gehört. Der Prozess, um diese Untertitel zu erstellen, der verläuft nicht komplett manuell. Trotzdem kümmere ich mich von Hand um die Rechtschreibung, um die Eigennamen und ob das Timing passt. Meine Herangehensweise und einige andere Optionen, die gibt es in diesem Video.